was geht ab leute scharf benge hier heute geht es darum mal zu schauen wie man sein ehrenlevel am besten hoch pushen kann also das erste was ich machen werde ist sind die ehrengebäude hier hoch zu pushen und zwar vorwiegend die fabriken und zwar die vier hier weil die geben euch am meisten ehrenpunkt so wenn man sich das mal anguckt also die informationen wie viele ehrenpunkte die geben seht ihr schon das ist schon eine menge also hier die zeile spalte hier wenn man das alles aufsummiert kommt man auf 10,47 millionen ehrenpunkte was jetzt in dem fall fast ein level wäre und das ohne irgendwelche buffs so jetzt kommen wir zu den buffs also wie ihr am besten die ehrenpunkte durch eure ehrengebäude pusht da müsst ihr erst mal auf eure spezialitäten punkte gehen so wie ihr es hier aktuell seht ist schon mal richtig aber ich werde das jetzt noch mal sage ich mal vorführen wie ihr am besten punkte machen könnt erst mal hier dieser strang den ich hier einblende die geben euch extra jeweils neun prozent auf der höchsten stufe das heißt auf drei von drei prozent ehrenpunkte mehr durch das bauen von ehrengebäude oder das upgraden von ehrengebäude und wenn ihr dann sage ich mal das hier freigeschaltet habt dann und das dann quasi aktiviert also ein aktivierbarer skill oder eine aktivierbare fähigkeit wenn ihr diese aktiviert erhaltet ihr 100 prozent buff für ehrenpunkte beziehungsweise wenn ihr eure ehrengebäude hoch pusht also nur für die ehrengebäude ja wenn ihr dann hier die strenge runter geht bis zu diesem punkt hier also bis ich blende es mal ein dann erhaltet ihr noch mal jeweils weitere neun prozent für jede weitere sage ich mal punkt dort ja das sind insgesamt bis zu jetzt lasst mich mal rechnen sind 27 36 hier sind es 72 also 108 prozent 108 prozent ehrenpunkte beziehungsweise buff für eure ehrengebäude bekommt ihr durch diese einzelnen dinger hier ja hier bekommt ihr dann noch mal 100 prozent buff und durch das hier das ist einfach mal könnt ihr einfach mal aktivieren und bekommt dann einen gewissen prozentsatz an ehrenpunkte das sind in meinem fall dann 500.000 so um den dreh ach so nur zur info das ist mein farm account falls sich welche gefragt haben so was ist denn das so niedrig aber auch die farm accounts müssen sage ich mal gefördert werden weil die pushen ja auch den main account genau also ich mache es einfach mal vor weil ich habe eine gewisse anzahl ohne habe ich nicht über zu einem anderen farm account gegangen weil auf dem anderen hatte ich keine switcher mehr also für die spezialitäten punkte und ich hatte auch keine materialien um die ganzen fabriken zu abzugraden deswegen mache ich jetzt einfach mal vor ich habe hier glaube ich ja ich habe noch nichts aktiviert es gibt dann noch eine weitere karte die man aktivieren kann und zwar hier ich habe leider keine aber ist jetzt auch nicht so wild weil ich will es einfach mal vorgemacht haben und ich brauche es also ich mache das jetzt auch weil ich noch sozusagen eine andere methodik euch aufzeigen möchte wie man ehrenpunkte ja hoch pushen kann also ich mache es jetzt mal vor dafür geht jetzt erstmal hier also ist eigentlich egal einige werden wahrscheinlich jetzt sagen so hier spezialitäten reset also diesen super spitz speciality reset den zu nutzen 50.000 doomsday münzen das ist verschwender ich aber das ist mein farm account der ist dafür da um meinen main account zu pushen dadurch dass ich jetzt sage ich mal so viele materialien angesammelt habe um diese ganzen ehrengebäude hoch zu pushen mache ich es jetzt einfach mal einfach mal switchen so 45 punkte also wie ich es euch gesagt habe ich mache es jetzt einfach mal fort jetzt noch weitere fünf punkte die verteile ich hier unten hin weil man dadurch sozusagen materialien die man für das upgraden von den ehrengebäude braucht reduzieren kann ist natürlich von vorteil keine ahnung ich glaube das waren jetzt 100.000 die es ausgemacht haben jetzt aktiviere ich erstmal das hier da seht ihr okay ich kriege einen gewissen anteil an punkte an ehrenpunkte und das ist also kann man alle 19 stunden sieht man hier aktivieren beziehungsweise glaube ich jedes mal ah ok verstanden jedes mal am reset kann man es dann nutzen so das weitere was ich aktiviere ist das hier und dann könnte ich auch schon loslegen davor will ich jetzt check noch mal ob ich hier ich habe das eigentlich nicht genau davor würde ich euch noch mal darauf hinweisen ihr habt hier noch mal die möglichkeit euren beruf zu wechseln und zwar auf die klasse architekt dort habt ihr die möglichkeit also ich mache das jetzt nicht vor weil diese ganzen switcher die hat man nicht wie sand am meer oder kann man auch nicht einfach so ohne geld kaufen deswegen mache ich es nicht ich will den farm account auf bauer lassen auf den beruf bauer ihr habt ihr auch noch mal die möglichkeit sozusagen buffs für eure ehrenpunkte zu haben und zwar besonders für eure ehrengebäude ich weiß jetzt nicht wie viele das sind aber mindestens weiß ich 30 prozent wenn nicht sogar 100 prozent buff aber ich will jetzt nichts falsches sagen aber da habt ihr auf jeden fall noch die möglichkeit durch das upgraden von ehrengebäuden euer ehrenlevel zu pushen so also ist alles aktiviert hier jetzt alles aktiviert ich könnte jetzt hier direkt loslegen das mache ich auch wie gesagt es gibt halt da noch die karte ich mache es lieber noch mal sicher als habe hier die 100 prozent buff karte die sollte die auch immer aktiv haben aber ich habe es jetzt gerade nicht deswegen mache ich es einfach wie gesagt 10 47 millionen ehrenpunkte könnt ihr bekommen von null beziehungsweise von eins auf stufe 20 das ist extrem viel jetzt mal mit den buffs drauf multipliziert keine ahnung 300 prozent könnten das sein dann sind wir schon bei über 30 millionen also dann upgradet ihr es ich mache es einfach mit diamanten zack schon mal 4,6 millionen bekommen das ist natürlich schön lecker und hier dann weiter ja ich bin sehr verschwenderisch gerade aber das ist mein farm account da ist es egal jetzt push ich und push ich also ihr seht schon ich habe übelst viele punkte bekommen ja geil auf jeden fall so schaut es aus dass es zu dem thema ehrengebäude jetzt gibt es noch die methode euer ehrenlevel über über was zu bekommen über felder sammeln oder felder einnehmen da switch ich jetzt mal den account so jetzt bin ich auf meinem main account es gibt hier die möglichkeit ehrenfelder einzunehmen um ehrenpunkte zu generieren ihr habt jetzt hier wenn ihr zum beispiel ein level 15er feld einnehmen solltet bekommt ihr pro feld 15.340 ehrenpunkte das ist nicht viel das könnt ihr aber pushen indem ihr sagt okay statt den strang nach unten links zu gehen das ist ja für ehrengebäude gehe ich und nach unten rechts ich habe meine meine punkte noch nicht ausreichend verteilt ich werde es auch auf meinem main account nicht machen weil ich will auf den roten strang gehen um meinen angriff und meine verteidigung zu pushen jedenfalls müsst ihr dann hier die eingeblendeten wählen hochleveln und dann bekommt ihr auch dort einen push sage ich mal einen ehren buff und zwar sind es 36 27 ja auch da sind so um die 108 prozent mehr die ihr bekommen könnt dann natürlich auch die die karte hier die ich euch erwähnt habe sind hier noch mal 100 prozent also bei dem main account habe ich ein sind wir schon bei 208 prozent genau mehr buffs habt ihr leider nicht für die felder aber es gibt die möglichkeit ich wechsel jetzt mal wieder den account so ihr habt jetzt hier die möglichkeit das kennen wahrscheinlich schon einige den roten strang nach oben zu leveln ganz einfach hier diese flagge genau das ist die flagge da habt ihr die möglichkeit wenn ihr ein feld angreift braucht ihr eine ausdauer von 10 oder im eden ist es energie von 10 durch diese flagge wenn ihr die maximal gelevelt habt das heißt fünf von fünf dann braucht ihr nur noch fünf das heißt es reduziert eure erforderliche energie um 50 prozent sprich ihr braucht nur noch fünf energie pro feld ja ich mache es jetzt mal vor ja ich werde das jetzt machen ja sehr schnell verschwenderisch ist aber auch egal also ihr seht auch dass ich hier nichts nicht schneide oder so ich will euch einfach genau zeigen wie es funktioniert die vier ehrenpunkte lasse ich jetzt die brauche ich nicht so jetzt mache ich so gibt es nämlich einige felder genau hier war das ihr habt jetzt die die möglichkeit so markieren ihr habt jetzt die möglichkeit da drauf eine flagge zu setzen die flagge habe ich ja schon gesagt ermöglicht euch 50 prozent reduktion eurer erforderlichen energie jetzt ist es so wenn ihr dieses feld einnehmen wollt und ihr habt platz also wenn ihr hier jetzt seht ich hätte hier oh ich habe hier keinen platz 81 von 81 feldern wenn ich jetzt 80 von 81 hätte und das angreifen würde würde ich es einnehmen in dem fall wo ich es aber wo ich sozusagen voll an feldern bin ja dann ist es so ich will das angreifen dann kommt erst mal diese nachricht dass meine felder sozusagen die kapazität der felder auf dem maximum ist wenn ich das angreife werde ich es nicht einnehmen so jetzt ist es so wenn ich es angreife und ich es nicht einnehme bekomme ich aber trotzdem die ehrenpunkte ja das heißt wenn ich jetzt hier dieses feld angreifen sollte ich mache es euch gleich vor werde ich es nicht erhalten aber trotzdem hier diese 15.340 plus die ganzen buffs an ehrenpunkte bekommen also wenn ihr alles voll habt könnten das auch bei voller ausdauer um die 3 millionen oder also jetzt grob gerechnet um die 3 millionen oder auch 4 millionen ehrenpunkte sein das nimmt man mal gerne mit ja also ich finde das nicht schlecht es gibt halt mal phasen im eden oder im doomsday wo ihr dann halt nichts machen könnt oder es ist halt schon entschieden so wie bei uns dann ist es einfach das oder könnte ich empfehlen euer ehrenlevel zu pushen für die nächste saison ja das kann schon echt einiges ausmachten so nichtsdestotrotz möchte ich das mal ausprobiert haben um es euch mal zu zeigen geht ihr einfach auf die aktivierbaren fähigkeiten drückt hier drauf ups was bewegt das sich so sehr so ich gehe jetzt über das 15er feld drauf weil ich dann dadurch alle felder umfassen kann ähm beziehungsweise in einem in einer fläche von fünf mal fünf ja und das feld wäre sozusagen das zentrum setzen wir es mal ein dann sieht das ganze so aus ich wechsle jetzt mal auf mein account rüber auf mein main account so ich bin auf mein main account habe ich hier voll ne ich brauche noch ein feld mache ich es einfach mal so also ihr seht hier schon hier unten ich blende es mal ein fünf dura brauche ich nur noch ja also jetzt aktiviere ich auch alles ich habe hier die buffs ich habe auch meinen strang natürlich nicht bis zum maximum gefüllt weil ich habe halt auch die anderen punkte anders verteilen müssen aufgrund von höherer immunität et cetera et cetera ähm und dann kann ich auch schon direkt loslegen 16er kann ich halt noch nicht aber das ist auch egal ich habe also ich bin schon level 50 ähm und auch 15.000 individuelle punkte habe ich schon erreicht und so sieht es dann aus ja hier kommt die meldung ich greife es an ja also eigentlich sind das 15.340 punkte wie viele punkte bekomme ich jetzt sagt es sind 38.000 punkte und ich habe halt den grünen strang nicht komplett ausgenutzt also das ist halt schon eine richtig gute methode um dort ehrenpunkte zu machen ich habe jetzt hier auch leider keinen bescheid gegeben dass die äh dass ich das halt mache das war jetzt sehr spontan weil ich auch volle dura habe und alles halt schon fertig habe deswegen will ich auch sozusagen das maximum von eden rausholen ja das war's ich hoffe euch hat das video gefallen klar es gibt halt einige die das schon kennen oder viele die das kennen aber ich wollte es einfach mal gemacht haben für diejenigen die das eben nicht kennen und falls ihr irgendwelche fragen habt schreibt mich doch einfach gerne an und dann werde ich mich auf jeden fall melden so peace